Wir sind auf dem Weg nach Dessau in den Beatclub. Wir haben Samstag, den 26. Flower Boy, Dennis. Und es ist schon wieder eine Vollsperrung. Dial-on! Wie immer, wenn wir unterwegs sind, man könnte langsam meinen, es liegt an uns. Man weiß es nicht. Phil, deine Meinung dazu? Ich möchte dich nicht öffentlich kundtun. Das ist gefährlich. Also ich glaube momentan, dass ich der Spielball von anderen Gefühlen bin. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich glaube, die haben mir in der Nacht heimlich Blumensamen in mein bärtiges Gemächt gestreut.